Wie gesagt habe, etwas ein Feuer entfachen kann, wieder auflodern lassen kann, dann ist das ein schnelles Tor. Schauen wir doch einmal, wie es dazu gekommen ist. Ein schlechter Pass, ganz schlechter Pass. Der Zweite schon in diesem Spiel von Maximilian Hoffmann, in dem Fall von ihm der Erste. Mojnic kanntet mal nicht ins Gegennehmen und James Lawrence bedankt sich mit der 1-0-Führung für den AS-Train-Chain. Ja, jetzt hat es aufgepasst. Jetzt sind es.